Yo Leute, in diesem Guide zu Lords of the Fallen will ich euch ganz schnell zeigen, wie ihr die Sanginarics, also die Heil-Items, verbessern könnt. Ihr müsst dazu erstmal den ersten Boss, Pieta, besiegt haben. Dann landet ihr kurz danach in diesem Hub hier, Himmelsrast. Und genau dort, neben diesen Überresten, also dem Respawn oder Teleportpunkt, findet ihr Pieta in Menschenform. Mit ihr müsst ihr dann reden und könnt eure Items einfach verbessern. Ihr braucht dazu aber eine heilige Quintessence, die ihr im Spiel selten findet. Eine davon findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr den Boss Delive besiegt habt. Ihr seht jetzt gerade im Video, wo das genau ist. Also Leute, ich hoffe diese kleine Info hat euch ein bisschen weitergeholfen. Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Lords of the Fallen Guide. Haut rein und bis bald. Bye, bye.